Kunst und Freuendalwirtschaft, auch das ist etwas, was wir vom Nationalratspräsidenten bereits aus Niederösterreich kennen und das ist auch der Grund, warum wir diese Anfrage gestellt haben, weil wir natürlich staunend durch das neue Parlament gegangen sind und gesehen haben, was als so nebenbei angeschafft worden ist. Und ich kann Ihnen sagen, der goldene Flügel, dessen Ankauf jetzt gerade geprüftet, war nicht das teuerste Element da drinnen, sondern wenn man sich anschaut, was sonst noch alles angeschafft wurde und auch hinterfragenswert ist, dann muss man das auch einmal kritisch beachten. Übrigens vielleicht auch noch eines für das Selbstverständnis der ÖVP im Zusammenhang mit dem Parlamentsumbau, auch das nicht unspannend, wenn man durchs Haus geht, dann findet man im Vestibül eine Tafel, wo sich natürlich die Parlamentspräsidenten verewegt hat, unter deren Ägide die Parlamentsrenovierung stattgefunden hat und da ist der ÖVP etwas sehr, sehr Dummes passiert und zwar hat sie festgestellt, dass es zwei Nationalratspräsidenten der SPÖ gegeben hat, die bei diesem Bau mitgewegt haben als erste Präsidenten und das hätte dann bedeutet, dass quasi demgegenüber nur ein ÖVPler, sprich Wolfgang Sobotka, gestanden wäre. Das heißt, man hat es jetzt auch nicht entblödet, die Frau Köstinger, die glaube ich zwei oder drei Tage Parlamentspräsidentin gewesen ist, hier in Marmor zu verewigen und als eine der Bauträgerinnen des Parlaments hier auch entsprechend zu ehren. Das ist ganz logisch, wir sind in einem Staat, der auf dem Proporz fußt und da kann es einfach nicht sein, dass da zwei rote Präsidentinnen stehen und auf der anderen Seite nur ein schwarzer Präsident. Ist also aus Sicht oder aus Eigensicht der ÖVP zu verstehen, aber der Steuerzahler, glaube ich, hat dafür wenig Verständnis. Vielen Dank! Vielen Dank.